So, jetzt ist das Vieh, das macht ab und zu einen Sturmangriff. Und hinten sind so eine Kristalle und die machen, ich glaube, ordentlich Schaden. Müssen irgendwas kaputt machen dann oder was? Nee. Nee. Verbreit auf dem Boden. Ja, die machen, glaube ich, Kühle und Schaden oder so. Ah, nee, Verwundbarkeit. Hm, kommt man hier wieder hoch. Ähm, aus, ähm, hinten war das, glaube ich. Ich glaube, ich bin nur ein Sturmangriff. Oh ja, kenne ich. Lalalala, dumm-de-dum. Und weil es so schön war, noch mal. Wie, wie, was? Mhm. Ah, anderer Fliegel oder was? Jo. Aber diesmal mit Mobs. Ich glaube, die Mobs sollte man tot hauen. Aber die machen, glaube ich, auch ein bisschen, den nerven ziemlich. Ich habe nichtes, oder? Bis zum nächsten Mal. Da ist klar. Wie? Ja. Ich bin schon bei mir! Was! Was? Basso. Was? 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 Das war's greatest, Justice. Shake it off. On my mark. This way has closed. Period. Dann ist er gar nicht drin. Dann ist er gar nicht drin. Ich kam auch nicht hier vorbei, was ist denn die Scheiße? Das heißt also, hier bin ich gerade dran vorbei gekommen und auf der Seite bist du runtergeflogen? Ah, links geht doch. Jetzt will ich ja mal zwei kisten, weil ich so anstrengend war. Okay. Okay. Okay.